Ich hatte ja viel Zeit nachzudenken und... Was heißt das? Das heißt, dass wir im Moment davon ausgehen, dass Lillys Herz vielleicht noch ein Jahr eigenständig arbeitet. Du wirst doch wieder gesund. Aber ich brauch bisschen Startkapital. Die würden Lillys Werte manipulieren. Wie viel? 30.000. Gib mir die gottverdammte Tasche, Mann! Hier, hier, komm! Gib mir die gottverdammte Tasche! Hier! Bahndreieck und Erste-Hilfe-Kürsten, bitte. Heuverletzten-Kollegen, Braucher-RTV. Ihr habt zwei Tage Zeit, mir 100 Milit zu bringen. Das ist Business, Dicke. Ich steck dieser verdammten Fotze in den Knarre in den Mund und sag, gib mir die Scheiße zurück, du Hure. Das ist Business. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.